Auf deinem Wegen, dieses Leben, da kommt Kreuzung und du stehst, du musst auf Leben und überlegen, was du willst und wofür du bist. Die bösen Geister und deine Quäler, immer wieder, können sie zurück, es wird dich leichter, dann ist es schwerer, du musst sie meistern, die nächste Schuhe. Ja, das Gute der Fall ist, du gerade laufst und gebeutelt bist, weil du nicht immer diese Stimme, die dir hilft uns weiter. Hör auf die Stimme, hör was sie sagt, sie soll immer nachkommen, hör auf viele Sachen, hör auf die Stimme, sie macht nicht nachkommen, wenn es zu schlafen, hör auf viele Sachen, hör auf die Stimme. Hör auf die Stimme, hör auf die Stimme, hör auf die Stimme. Du hast so gewollt gepackt, weil dann schimmeln diese Stimme. Die ist so schnell aus, hör auf die Stimme. Stimme, was sie sagen, sie war immer da, komm, hör auf die Kinder. Hör auf die Stimme, sie macht nicht da, sie ist so schnell, dass sie sagen, sie war immer da, komm, hör auf die Kinder. Oh, hör auf die Stimme, hör auf die Stimme, hör auf die Stimme, hör auf die Stimme, hör auf die Stimme. In der aconteceralist, die mir baute, sie macht nicht da, Mann, komm, hör auf die Stimme. seine Freunde haben mich eingeführt zu haben für Kinder gehören sich Hör auf die Stimme! Für nicht mehr im Mann sagen! Hör auf die Stimme! Hör auf die Stimme! Sie macht' nicht swag zuerst los! Hör auf Sch 1996! Hör auf die Stimme! Ich bin ein Mann, ich bin ein Mann.